Herzlich Willkommen Leute zum nächsten Paar Renaissance Heroes mit Maru und mir. Hallo Maru. Hallo. Das ist jetzt entweder eine Map, die wir noch nicht hatten, aber genauso aussieht wie andere. Doch, ich glaube, das ist die dritte Bibliothek noch. Ja. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Ich glaube, das ist die Tutorial-Map. Ja, genau. Aua. Das ist schon mal gut. Ja, im Gegner-Team. Ne, ich glaube, wir wurden wieder geswischt. Ja. Autoteam-Balance mag es nicht, wenn man zusammenspielt. Ja, wahrscheinlich, weil wir so ein hohes Level haben inzwischen im Vergleich zu den anderen im Beginnerraum. Ich glaube, wir hätten uns von der Seite abgeschnitscht. Ah, ich habe keine Ahnung. Oh, wir hatten da mehr als drei Granaten, ey. Drei? Ich habe nur zwei. Das war ein sehr guter Start. Wir werden das jetzt auch noch gut beenden. Oh, Superheld. Mist. Das war so geil. In vier HP habe ich zwei Leute in der Hacker-Kill. Ach, nice. Aber ich muss drei Bomben-Kills machen, ne. Auf fünf Crossbow-Kills. Das ist doch leicht. Mit einem Dreier-Bolzen? Das ist doch leicht. Ich brauche ja drei Schuss rein. Ne, ich brauche immer noch drei Schuss. Ich habe einfach nur ein größeres Schussfeld. Also, ich habe verzeihenderen Bolzen. Und durch die Abgrenz machte ich genauso viel Schaden wie deiner. Das bist du wieder, ne? Yeah. Double Damage spawned. Direkt mit ihr das Double Damage gespawnt. Das ist wow. Und jetzt Superheld auch noch. Also, beides? Oh Gott. Ich muss sie im Kopf schießen. Oh, eine Bombe ins Gesicht schmeißen. Das ist, glaube ich, immer noch ein Instant-Kill. Beend. Double Damage. Ja. Da kommt es angelaufen. Ja, Mann, Mann, Mann. Meins. Oh, ich habe so viele Leute gekriegt. Ich habe jetzt schon zwölf Kill. Oh. Ich habe die Haare in der Mitte. Ja. Bist. Boom. Bomben-Killz. Einen Bomben-Kill hätte ich gerne. Brauchst du Highlights? Das ist ganz cool. Ah. Das ist nur smart und un-traffic. Ah. Das ist schließende Map. Jetzt kommt eine erhöhte Position. Wo bin ich aus der Mitte raus? Wo bin ich von dieser Stufe? Nein, das habe ich schon mal. Was tauntst du da rum, ne? Ja. Geht, habe ich wieder. Wurde der Taunt abgebrochen, weil du weggeschubst wurdest? Ne. Einmal einen gepickt. Ja, jetzt muss ich noch zwei machen. Ah, schade. Da will er keine Auflagen, ey. So halt. Oh, die hat noch vier, vier. Double Damage spawnen nicht mehr tot. Nein. Aha. Das weiß keiner. Oh Gott, hier ist ja der. Nein, der hat es mehr. Von Nova Ritter hat's. Was ist nur Double Damage? Oh, ich will mal helfen. Ah, ja, ja, ja. Ah, einer von uns hat's gut. Wenn er immer noch lebt, der hat man einen HP, muss er aufpassen. Ist er unsere? Ich kann nicht im Leben gesteckt bleiben, ist abgestaubend. Das meine ich. Oh, ich habe keine Militur mehr. Ah. Nackarm. Nackarm. Oh, der Dennis bei hat eine Schrotflinte oder so, laut Icon. Ich muss Kanadencaids machen. Einer ist jetzt schon mal dabei. Oh, ich kann mit einer HP Upgrades ein. Oh. Oh, ich weiß ja, wo er ist dann. HP aufladen. Ultra-HP einsammeln. Oh. Ah. Ah. Was hast du gemacht? Ich wurde von der Granate gekillt und er ist dann rückwärts an meine Granate gerannt und laufen. Ah, es gibt ein Achievement. Mit dem Archive nicht, äh, Rising Storm. Ne, ne. Rising Storm ist das die Special Perk der, äh, Japaner. Wenn du mit der Granate in der Hand stirbst oder wenn du den Stift gezogen hast und einfach rein rennst. Aua. Aua. Nein, ich tue zu dir hin. Oh, Headshots. Double Damage und ich bin wieder tot. Nein. Ach, gar egal. Lang, zu langsam warst du. Du warst mein dritter Bombenkill, danke. Double DP noch da? Ne. Einmal hier unten. Ja. Aua. Aua. Was ist los? Da ist Spiele 1. Das musst du sein. Oh, du bist neben mir. Nein, hier legt keiner Fehler mehr. Oh, ich muss einen Reife-Klitz machen. Gut. Cross-Bots war geiler. Pressing. Hast du ihn? Nein, 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 nein. Nee, auf den Duscherregale kann man auch nicht springen. Ja, ich glaube, das ist ein Fehler noch, dass das überhaupt die, äh, Aufgabe kriegst du hier. Oh. Hahaha, Idiot. Verhöhnt er mich? Ein HP hat er, Dennis Boy. Ah, da gibt's ein Achievement für. Ne, die drei Leute müssen ein HP kriegen. Das hast du gekriegt schon. Weil da hat es einfach nur ein HP. Ich glaube, du hast nicht im Spring-for-All. Hahaha, Idiot. Hm? Hast du nicht im Spring-for-All gewesen? Ich weiß nicht, aber du hast auf jeden Fall das schon gekriegt. Oh nein, ich bleibe da. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, ich hab von neben geschossen. Ah, du hast viel HP gehabt. Nimm jetzt die Rüstung noch mit. Ja, wo kommt die denn? Hahaha. Ich muss Granaten-Kits, äh, Mini-Kits, äh, Reife-Kits machen. Wow. Crossbow ist viel geiler. Crossbow macht mehr Faden, Ali. Die Rüstung noch. Ja. Double Damage macht auch mehr Schaden. Hast du Double Damage? Ja, aber ich hab nur zwei Schüsse in meinem G. Ah. Ich hab dir eine hinten übergezogen. Ja, ich... Weil er hat ein... Zwei Cross-Pro-Hits sind mit Double Damage nicht genug, um jemanden zu töten. Ich glaub, für Double Damage musst du auf jeden Fall Swiper dann haben. Oh, das ist ein ganz cooles Game. Ja. Aber wir haben auch voll viele Kills für beide wieder. Ja. Hier haben wir die Leader in unserem Team. Was? Das war doch noch ein Nütter. Ammo, 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 Shield. Ach komm, da stehen alle nach Klaus und ich treffe rein! Was ist hinter mir? Es hieß, was will ich mit mir hieß? Ja, der kill. Der ist auch gut. Oh. Na, das zappt jetzt gewonnen. Den kill nehmen wir auch noch mit. Das hat ja gut Vorsprung ausgebaut. Och komm, Flabier hat da... Ich glaub, das weiß ich nicht. Wie Flabier hat ein Freund? Siehst du das, wenn du drüber gehst? Ne, leider nicht. Überhaupt nicht. Du hast auch nichts mehr, oder? Da hast du... Ne, da gar nichts mehr. Ein Schuss hat gefehlt. Nein, die gewinnen auch, wer dir so'n scheiß Dingens hat. Ah, wir haben Revenge. Okay. Den hab ich aber auch gesehen. Ne, da hat aber auch einen. Malang hat alle auf ihn. Gehen weg, er nicht mehr. Ne, er killt uns alle. Er hat noch 131 gegen die Erfälle besucht. Double Damage! Du kannst nicht stoppen, Medici. 99 zu 99! 100... Let's do kill, entscheidet! Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hatte auch gerade einen! Medici controls your fate! Das Spiel! Da schauen sie uns doch mal das Skorbot am Ende an. Weil unsere schlechten Teams... Ein Kill mehr! Yeah! Wir haben's entschieden! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut bei Renaissance Heroes! Tschüss! Tschüss!